So, die letzte halbe Stunde ist jetzt angebrochen. Gehen wir erstmal nach oben hoch. Und zwar ganz nach oben. Oh, ich habe fast 1,5 Stacks Lapis gefunden. Oh, nicht schlecht. Salz habe ich hier auch noch drin. Das ist gut. Jetzt hier. So, ein Zinnobererz habe ich auch noch. Ein Zinnerz habe ich sogar noch. Okay. So, jetzt werden wir erstmal... So ein paar Steine wieder schmelzen. So, komm mal rein hier. Flipp. Da geht ja bei diesen ganzen Sachen so viel Stacks drauf. Soll ich dir helfen? Soll ich gleich mal vorbeikommen? Ja, oder beschreiben, das geht. Ich weiß ja, warum muss ich auch gucken, wo ich hier langlaufen muss. Das kann ich jetzt auch nicht so genau nicht sagen. Binge, bald auch bei dem Brunnen. Ja, ist doch schön. Am Brunnen vor dem Tore. Ja, los, komm. Was denn? Was hast du denn? Wo macht der Durst? Ich komme gleich bei dir vorbei in Binge. Okay? Ja. Lass mich kurz ein paar Sachen abladen, dann sehen wir weiter. So. Das kommt alles da rein. Ach, ich habe hier sogar noch Salz. Das muss ich in die Küche vorher noch bringen. Und ja, mal schnell das Gold schmelzen. Ja, Gold haben wir nicht viel drin. So. Gemma. Gemma schnell in die Küche. So. Gucken wir mal. So, Salz kommt in die Küche. So, und jetzt gehen wir mal nach Schoki. Tür ist zu. Wir nehmen das Schwert in die Hand. Und man könnte auch bei uns ja jeglichen Weg machen, aber ich finde es schöner, wenn die ganzen Wegweiser zu den anderen Orten, wenn sie hudeln, auf dem Marktplatz. Das ist schon ganz schön voll geworden hier auf dem Markt, ne? Ja, so schön. Du musst ja auch auf dem Markt sein. So, Torben, da wach bin ich jetzt. Du bist schon in Binge, ja? Ja, aber nicht gleich. Ein Süßes. Ja. Was habe ich hier für kaputte Hosen, hier? Ich will diese kaputten Hosen nicht. Kaputten blauen Hosen. Bestimmt wieder von dir, ne? Nee. So, dann kommen wir mal zu dir dahin. Ich bin jetzt auf dem Weg. Oder bei einem Stubenbrummer. Was, eine Toilettenfliege? Ja, da war Gypsy. Oh, nee, keine Toiletten. Warum? Da bin ja nicht ne Toiletten. Wie? Wie? Rums. Achso, ja. Na, kann ich bei diesem komischen Typ noch mal kurz vorbeigehen hier. Juhu. Juhu. Oh, das ist jetzt ein Kondition, aus welchem Loch kommen die denn? Die kommen aus dem Loch. Gibt es was tolles? Elf Gehirne, ey, toll. Kann man, aber die Gehirne kann ich verkaufen, das ist gut. Ungewöhnlicher Schatz, was haben wir da? Erfahrungsfläschchen. Zack, haben wir. Oh, ich hab uns mal abgekriegt, geil. Und 14 Goldmünzen, cool. Okay, so, dann kommen wir mal jetzt, gehen wir mal nach Schuki hin. Ja, das war auch mal eine Idee, so ein bisschen, weißt du? Was willst du sonst mit den ganzen Goldmünzen machen, die wir da haben? Ja, ich finde. Die sammelst du da an und dann, ja toll, super hast du einen Schatz mit 50.000 Goldmünzen. Ja toll, und, was machst du damit? Da kam mir halt die Idee, eine Währung draus zu machen. Ja. Anstatt mit Zmaragten zu handeln, bei den normalen Original-Villagern, kann man auch hier jetzt gegen, ähm, na, du weißt schon, ne? So, komm mal. So, okay, so. Jetzt bin ich gleich im Binger. Ich rieche dich auch schon. Hey. So, hier ist ein Binger. Wo bist du denn? Hier ist der Weg. Ja, ich kann ja nächstes Mal hier ein paar Schilderchen machen. Jetzt gehe ich hoch. Jetzt gehe ich mir diesmal ein. Jetzt gehe ich hoch zum Brunnen, genau. Dann gehe ich jetzt hier runter. Beidegleich auch. Dann gehe ich hier runter. Ja, da machen wir diesmal kein Schild. Ein bisschen müssen wir versuchen. Hm, hier kann ich nichts verkaufen. Da habe ich nichts. Nee. Kann ich nichts verdienen. Okay. Geh mal weiter, komm her. Woll zum Gasthaus. Warte. Was denn da? Jetzt muss ich den Geld auf dem Kopf kaufen. Das hast du mir gekauft. Ich habe das so richtig gut vom verrotteten Fleisch. Okay. Gut, das kannst du auch eintauschen gegen Smaragde oder Diamanten, ne? Weiß. Für Modifier und sowas. Aus Skelettköpfe und Zombieköpfe kannst du auch gegen so ein Modifier eintauschen. Okay, gehen wir hier mal weiter. Hupf. Hupf. Ist doch ganz einfach der Weg. Weiß gar nicht, was du machst. Ach ja, das darfst du ein bisschen. Aber locker gefunden, ja, ja, so bin ich auch. Und unten ist ein Wehrwolf. Nur ein toter Wehrwolf ist ein guter Wehrwolf. Ah, da unten ist es ja schon, das Rasthaus. Was war da rein jetzt so schwer? Ja, du kennst doch schon. Oh, was schön. Beseitigt. Schildkröten, man kann auch hier Schildkrötensuppen machen. Das geht auch. Man lässt natürlich die Tür wieder sperrangelweit offen, ne? Das ist wieder typisch für dich. Hier kann man mal Sachen reinpacken, die man nicht braucht. Hier haben wir eine Eisenhacke, haben wir hier drinne. Hier haben wir einen goldenen Apfel gekriegt. Okay, Weizenkörner brauche ich jetzt auch nicht wirklich. Pfeiler auch nicht. Jo, den Rest kann man ja behalten. Na, was machst du? Ach, ich brauche ein bisschen. Was kaufst du denn? Kaum hat es immer ein bisschen Taschengeld. Ja, mein Gott, bei Minecraft kannst du das ja ganz gut machen. Ja, der Schokokuchen haut ja leider nicht hin. Das muss ich ja nochmal ändern. Schade eigentlich. Ja, Sushi hat da sogar. Cool. Ja, Sushi habe ich so gut auf jetzt. Gestürzte Ananas-Tarte. War da nicht noch so ein Klon drin oder? Ah, hier ist auch noch so. Oh, ey. Was denn? Was hast du denn? Oh, ein Prototyp fahren. Das kann ich. Ich finde es wieder toll, oder? Ich habe schon wieder jemanden zum Smart gekriegt. So ist es cool. Ja. 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 Das kostet doch mal ein bisschen was, ne? Das weißt du. Ist doch egal. Ah, Minecraft kannst du das ja machen. Okay. Also ich gehe jetzt wieder zurück. Ich gehe jetzt. Ich glaube, irgendwo konnte ich doch diese Zombie-Hörner noch loswerden. Hier oben war irgendein Wegweiser gewesen, das weiß ich noch. Bist du? Ach, du bist ein Schildkröte. Ich dachte schon, sonst ich weiß. Hier oben an der Brücke gab es doch einen Wegweiser, genau. Und Abner-Hörner. Schön. Ich glaube, das gilt ja. Das findest du toll, oder? Oh, ich meinte, ich würde das im Echten. Ach, guck mal, hier ist unser erstes Haus. Hier haben wir mal angefangen, ne? Wo sind die Wachen, wenn man sie mal braucht? Da sind noch ein Mühlemark. Noch eine Mühlemark hast du noch. Ich werde jetzt mal kurz den, hier umbenennen, den Händler. Weil den Namen gibt es schon. Der Edelphi ist das. Eppelfi. Genau. So heißt der. Genau. Beim Zauberer, jetzt kommen wir uns. Hier. Ey, hallo, nicht wegrennen. Ah, ich habe ein paar Zombie-Görner verkauft. Gut. Klasse. Finde ich gut. Habe hier ein bisschen Geld gescheffelt. Ach, ich gebe es auch mal was aus. Jetzt habe ich jetzt hier drei Anzeigen noch mal gekauft. Bunte Schubladen, das ist auch gut. Was gibt es bei Sparrow noch so zu kaufen? Sparrow hat noch die großen Sachen, dann muss ich sie noch mal ändern. Aber das, das lasse ich so. Ich bin der falsche 50er hier. Kann ich da irgendwas verkaufen? Nee. Kann ich auch nichts groß verkaufen. Der William. Ah, das muss ich auch so mal ändern hier. Das werde ich nachher mal machen, nach dem Stream. Dann muss ich ja ein paar Händler hier noch mal ändern. Hier kann auch noch was gemacht werden, weil hier viele noch mit Smaragd oder Gold bezahlen. Das muss ja nicht sein, oder? Nee, Geld. Robin, lassen wir so. Das kann ich mir auch schon lassen. Oh, hier verkauft einer gegrillten Bratspieß. Beim Bienenwiede gibt es gebratenen Bratspieß. Das gibt bei der Ratsch. Oh, gibt es schöne Nudel-Bologese, ne? Oh, lecker. Da ist ein Tomaten drin. So, ich gehe jetzt einfach wieder nach Hause. Ich mache jetzt mal einen Fleischer. Weltlöp. So, und ich. So, du bist das. Du bist das hier, okay. So. Die haue ich jetzt hier unten. Das nächste Mal auch mal die Tomcraft rein. Soweit voll. Ach so, die sind schon voll. Okay. Der Tomcraftraum ist auch schon voll. Okay. Dann kann ich den Rest hier drauf hauen. Komme ich mal einen dicken Arsch da wieder nicht rein. Und dann haben wir noch ein Hammer. ja das haben wir ausgeschaltet aus gutem grund aus gutem grund so zwei noch 16 minuten das mache ich jetzt an diesen 16 minuten ich glaube da wurde ich noch ein bisschen vielleicht findet man das ein oder andere ja noch mal könnte ja passieren ja das sei ja früher ganz ganz anders aus ich finde sie genial auf der seite gibt es nicht so gehen wir hier wieder runter aber muss diese eingangshalle immer richtig schön bauen ich finde es toll wir auf ebene 17 bin ich ja okay treiben wir hier mal die gänge um bisschen rein wieder so weil keine fackeln mehr sehe ich gerade darum fahren wir heute mal ein bisschen wieder material und wir stoßen auf eine neue höhle okay hoffe ich bin einer von den grünen schon wieder ok oh da gibt es ja viel aluminium büschchen links die fackeln redstone das nehmen wir natürlich mit so die kohle nehmen wir auch mit das noch ein redstone cool ganz viel aluminium büschchen habe ich hier noch noch ein bisschen redstone nochmal gefarmt okay und hier bin ich in irgendein dungeon gelandet okay muss ich mir schnell ein paar fackeln bauen die zeit haben wir denn noch lieber das geht noch das kriegen wir noch hin das kriegen wir noch ein bisschen kurz habe ich ja noch ja wenn ich jetzt von nachgeguckt da waren ja nicht mal halb gefüllt die waben das grün schiefer eisenerz hier ist wieder lava ok hier kann man bald wieder schluss an das stimmt das eisenerz ok den redstone nehme ich noch mal mit denn den brauchen wir für die ganzen schubladen da kommen die eisener auch mit was soll es denn ich will einen richtig schönen bergbau hier betreiben die ecken haben wir den normalen stein rein wo geht es hier weiter na mit der hacke ok hier ist irgendwie vorbei das nehmen wir mit wir nehmen die kohle hier mit aber es können oh das aluminium erz gefunden sehr schön da werde ich mich bald hier auf dem rückweg machen müssen ok hier gibt es noch nichts jetzt weiter und auch tiefes ja ein bisschen steinchen hier mitnehmen den weg baue ich Richtung osten gerade ok ok dieser gang scheint hier nicht groß was mehr an rohstoffen zu haben einfach mal ein paar steine einsammeln so ich denke mal jetzt gehe ich zurück welchen weg wieder finde ich hoffe es doch müssen rechts die fackeln sein dann kommen wir auf dem richtigen weg lang genau rechts die fackeln da geht es nicht weiter ok irgendwo von hier gekommen nach genau links die packen das ist doof da geht es nicht weiter rechts die fackeln rechts die fackeln ja rechts die fackeln ich bin von oben gekommen ok ist gut zu wissen wo bist du denn da gerade wo bist du denn da gerade irgendwo tief unter uns erhöht wo bist du denn geh da mal weg ich habe auch noch so viele von denen die muss ich mal kurz mal mitnehmen dann muss ich unsere mine wieder vergrößern hier hier war ich schon mal wir müssen gleich auch noch tschüss sagen äh ja ähm ja äh äh aber hier war ich schon mal das weiß ich ich höre ein wehrwolf das gefällt mir nicht von wo bin ich denn gekommen von wo bin ich gekommen scheiße jetzt haben wir das problem ich finde nicht mehr nach hause ich kann nicht nur doof sein ok bin doch ja auch nicht aber ich bin doch hier irgendwo runter gekommen zwar hier rechts die fackeln rechts die fackeln von wo bin ich denn durchgekommen wo ist denn der schmale kleine durchstich den ich durchgekommen bin den suche nämlich jetzt den finde ich nämlich nicht mehr hier ist er nicht rechts die fackeln da kann er nur nach oben irgendwo sein wo war mein gang hier bin ich auch nicht dran vorbeigekommen als wüsste ich hä kann doch nicht so doof sein oder hä hä und wo bin ich denn gekommen ich finde ich mir zurück aber hier war ich überall schon mal ach da hier geht's zurück ok ok ich komme wieder zurück hoffe ich jedenfalls auf welchen weg bin rechts die fackeln rechts die fackeln rechts die fackeln genau hier bin ich ok alles klar ich muss ja vorher alles mal neu machen so ich komme gerade schon die treppe hoch rauf 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 wir müssen die treppe rauf ich muss die sachen nur stellen ins lager zu sehen schmeißen dann treffen uns oben am esstisch ja da schaffen wir es doch noch fast pünktlich kurve so und wieder hoch Tür zu und wieder hoch und wieder hoch ok redstone grün schiefer das brauchen wir mal der bruchstein ok das wird schon mal einsortiert bin gleich soweit ich warte schon beim sparen ich schmeiße ich letzte sachen alles ins system rein mal sortieren tu das system ja alleine so habe ich 5 ender perlen insgesamt die bräuchte doch auch nicht so das wird einsortiert jetzt habe ich noch einen goldenen apple aber kein verzauberten Hat sich ja gelohnt, so jetzt komme ich nach oben Kontrollcheck machen, wie viele Steine haben Oh, sieht gut aus, da sieht sowas von gut aus Ich sage, ich mache euch mal nur die Schubladen mit Anzeigen, die was drinnen haben So, dann gehen wir mal ganz schnell So, Freunde, dann sind wir heute wieder am Ende angelangt Ich habe eine Menge erreicht, ein paar Neuigkeiten vorgestellt Musst du dich nicht schieben, Schoki Hast du schon eine von diesen neuen Rüstungen? Ja, herrlich auf Okay, kann man auch noch verzaubern, glaube ich, sowas Okay, dann sagen wir Tschüss und bis zum nächsten Mal, würde ich sagen Tschüss